Und wenn man den Teller vor sich sieht, einfach auch wirklich mit Obst und Gemüse anzufangen, nicht erst das Stück Fleisch raufzulegen und dann Obst und Gemüse rumzupacken, sondern dass wirklich 50 Prozent Obst und Gemüse drauf ist und ich finde es dann ja auch okay, wenn dann eben auch mal ein Stück Fleisch oder so mit drauf ist. Also ich finde ja, es ist wichtig, weg von diesem Verzicht zu kommen und sich die Dinge zu verzichten. Das ist eben wieder eine Frage der Balance. Natürlich kannst du auch mal ein Stück Fleisch essen und natürlich kannst du, wenn du eben Lust auf diese Toffifee hast, dann nimm dir lieber diese Toffifee. Nein, ich bin komplett davon weg. Ich bin jetzt komplett industriezuckerfrei. Aber wenn es dir dann gut geht, ist es ja okay. Aber weißt du, wenn du dir die ganze Zeit immer so, ich muss verzichten und es dir dann schlechter geht, darauf zu verzichten, dann sind wir schon wieder bei dem Mentalen. Das löst dir auch Stress aus. Total, absolut. Und dann geht es dir auch nicht gut. Also am Ende soll es dir ja gut gehen. Und wenn du eben genau dann das brauchst, dann nimmst du eben lieber in diesem Moment, als die ganze Zeit immer nur zu denken, ich muss verzichten, ich muss verzichten, ich muss verzichten. Das ist auch nicht gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax. Ich bin die Gründerin von Jacks Beauty Line, ehemalige Make-up-Artistin-Mama von zwei Kindern. Und ich mache diesen Podcast, um euch zu inspirieren, noch glücklicher, noch schöner, noch optimierter zu werden. Und das aber mit ganz viel guter Energie dabei. Und habe hier immer wieder tolle Gäste zu Gast, die dazu beitragen, etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu lernen, sich weiterzubilden. Und wir sprechen heute mit der wundervollen Carolin Kottke über das Thema Ernährung und vor allem aber auch über das Thema, wie schaffe ich es in wirklich meine Energie zu kommen. Weil ich hatte jetzt tatsächlich eine sehr, sehr lange Phase, in der ich einfach wirklich schon kurz nach dem Aufstehen todesmüde war, immer wieder gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Ich war so ausgelaugt. Und es war aber natürlich jetzt auch in einer Phase, meine Tochter ist jetzt gerade zwei, wir haben sowieso nachts wenig geschlafen. Und ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht so viele Gedanken dazu gemacht und bin aber auch leider so jemand, wenn ich viel Stress habe und wenig geschlafen habe, dass ich immer wieder so schnell zu ungesunden Sachen greife. Und ich möchte aber so, so, so gerne wirklich einen viel gesünderen, was heißt viel gesünder, es ist auch nicht ganz so schlimm, muss man sagen, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass ich gesunde Nahrung so richtig abfeiere. Und dass ich halt auch sage, wenn ich mir was Gutes tun möchte, also auch nach einem langen Arbeitstag, dass ich nicht an Pizza und Burger und Döner denke, sondern dass ich halt an einen tollen, wirklich ein gesundes Essen, Gemüse und wirklich viel Vitamine denke. Und das ist, glaube ich, hat ganz, ganz, ganz viel mit Mindset zu tun, wie so vieles in unserem Leben. Und ich freue mich sehr, dass vom weiten Tegernsee entfernt die liebe Caro angereist ist, alle liebe Caro. Wie schön, dass du heute da bist. Hallo Miri, wie schön, dass ich hier heute sein darf. Wir schwitzen hier oben. Es ist ganz schön warm. Wir haben draußen 33, 34 Grad und wir haben uns eben noch hier die Klimaanlage angemacht. Und ich hoffe, wir halten es jetzt hier gute 30, 40 Minuten aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir könnten auch zwei Stunden über das Thema sprechen. Definitiv. Wir mussten uns eben im Vorgespräch schon ordentlich stoppen. Aber es ist doch auch wirklich krass, Caro, oder wie Nahrung und überhaupt so diese ganze Thematik, was darf man, was darf man nicht, was sollte man, was sollte man nicht. Es wird so viel darüber gesprochen und jeder hat auch eine andere Meinung, oder? Ja, definitiv. Aber es ist ja gut, dass wir darüber sprechen und es ist ja gut, dass darüber gesprochen wird, aber eben vielleicht auch die richtigen Impulse zu geben. Deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sitzen darf und vielleicht da auch so ein bisschen eben auch zeigen kann, dass Ernährung gar nicht so kompliziert ist. Dass auch gesunde Ernährung total leicht sein kann, wie du ja auch sagst. Dass man das eigentlich total einfach integrieren kann. Also ich lebe sehr komplett und kann sagen, so kompliziert, wie viele immer denken, ist es gar nicht. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Du musst nämlich gleich mal sagen, weil ich hatte nämlich zum Beispiel jetzt auch am Wochenende so eine Situation, da habe ich mich so darauf gefreut, dass wir jetzt die Podcastaufnahme haben, weil wir nämlich mit Freunden unterwegs waren und ich halt eben gerade auf weißen Industriezucker verzichte. Und dann diese Situation, die bestimmt alle kennen, dass man so irgendwie zusammensitzt und dann so alle holen die Haribo-Tüten raus und es gibt ohne Ende Alkohol und man sitzt da, okay, ich trinke keinen Alkohol, ich möchte keinen weißen Zucker zu mir nehmen. Ey, was macht man denn dann da? Das ist ja schon richtig, also das ist ja schon Torture. Würdest du aber wahrscheinlich nicht so sehen, oder? Nee, weil es ist wieder so eine Sache des Mindsets. Und es gibt Alternativen in diesen Momenten? Definitiv, weil wenn du da jetzt hingehst und von vornherein sagst, ich verzichte und dich so auf diesen Verzicht fokussierst, dann ist das ja was Negatives. Aber man kann natürlich eben auch wieder gucken, aus welcher Perspektive betrachte ich das? Also du kannst eben, wenn ich mit Freunden da sitze, ist es ganz oft, dass ich eben sage, okay, ich nehme das Weinglas, ich fülle da jetzt aber mein Wasser rein, mache da noch ein bisschen Minze rein, mache ein bisschen Zitrone rein. Dann habe ich auch so dieses Gefühl, auch dieses Gesellschaftliche, sodass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, oh, ich habe jetzt was anderes oder ich habe nichts in der Hand. Weil das ist schon wieder dieser Verzichtsgedanke, sondern habe dann da so mein Weinglas in der Hand. Oftmals ist es bei meinen Freundinnen jetzt sogar so, dass auch wenn wir beim Restaurant sitzen, dass die dann sagen, das ist ja eine coole Idee, vielleicht nehme ich doch gar nicht den Wein, vielleicht möchte ich auch so ein Wasser mit so Minze, Zitrone. Und auf einmal finden die auch Spaß da dran. Und das ist dann schon wieder diese andere Perspektive zu gucken, was kann ich da vielleicht machen? Und auch bei den Süßigkeiten, dann nehme ich eben meine eigenen Sachen mit. Und oftmals ist es dann auch schon wieder, dass ich davon gar nicht so viel essen kann, weil die anderen doch wieder neugierig sind, dann auch probierend denken, ach krass, das schmeckt ja doch ganz gut. Weil man dann eben immer denkt, so von wegen die Alternativen, die schmecken dann ja nicht süß, das kann ja nichts. Und nee, also es funktioniert alles. Okay, also ich glaube, genau dafür sind wir heute da und wahrscheinlich viele, die zuhören, denken so, Miri, mir geht es genau so wie du. Ich mag einfach das Toffifee so viel lieber als die gesunde Variante davon. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich glaube, es ist wirklich einfach auch diese Thematik, den inneren Schweinehund einmal zu erklären, so du darfst jetzt ruhig sein, es ist alles gut. Aber warst du denn schon immer so? Also hast du schon wirklich so immer dich so krass gesund ernährt, dass du es gar nicht anders kennst? Und deswegen machst du es so und es ist so einfach für dich? Nein, ich war das komplette Gegenteil. Wirklich? Das glaubt mir immer keiner. Wenn die Leute, wenn ich heute irgendwie spreche, denken, die war doch bestimmt schon immer so, was erzählt die mir? Die kennt das ja gar nicht. Nee, also wenn ich eben so an meine Anfang-20er, Mitt-20er denke, überhaupt, wenn man allein schon von Mama und Papa aussieht, sich selbst ernähren muss. Ich war ein riesengroßer Fan von Fastfood-Produkten. Sollte ja schnell gehen. Und ich war auch ein Mensch, der wahnsinnig gerne mal abends immer gesöllig seinen Alkohol getrunken hat. Und das ist auch eigentlich nicht so zu wenig. Deswegen sage ich immer, ich habe in meinen Mitt-20ern, glaube ich, schon den Bedarf gedeckt für die Zukunft. Und nee, also da war es bei mir eben auch schon anders. Da war dann eher so dieses Mindset, okay, ich bin jetzt in der Berufswelt, es muss für mich schnell gehen. Ich kann mir jetzt da nicht so für den Gedanken einen Kopf machen. Und das hat sich eher in den ganzen letzten Jahren total geändert. Und deswegen kenne ich so diesen Unterschied und weiß, was es machen kann. Wie kam das denn? Also was ist deine Geschichte? Ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, vielleicht auch jemand, der mir schon länger folgt auf Instagram, weiß ja auch, dass Caro und ich schon einige Lives zusammen gemacht haben. Wir haben schon ein bisschen was zusammengearbeitet. Du bist jetzt auch bei meinem Glow-Together-Event dabei. Freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Das wird so schön. Ja, also wirklich und ich habe deine Bücher, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin, du hast einfach auch ganz viele tolle Programme, bist als Speakerin überall. Also du hast ja eine wahnsinnige Karriere hingelegt, aber der Start ist ja leider ein bisschen trauriger. Also warum das so dann kam. Aber vielleicht magst du das einmal so kurz nochmal zusammen erzählen für diejenigen, die dich vielleicht jetzt auch noch nicht kennen. Kann ich gerne nochmal machen. Ja, weil heutzutage jetzt kann ich sagen, ich habe meine Passion gefunden, aber der Weg dahin war ein bisschen steinig. Denn ja, ich habe schon über meine Anfang 20er, Mit-20er gesprochen und Ende 20 wurde ich aber eben komplett aus dem Leben rauskatapultiert durch eine Brustkrebsdiagnose. Und die hat eben alles in meinem Leben komplett verändert. Und da kam dann auch der Weg zum Thema Ernährung, weil ich eben mit der Brustkrebsdiagnose gucken musste, okay, was kann ich jetzt hier selbst tun, was kann ich machen, wie kann ich meinen Körper unterstützen, wie kriege ich vielleicht auch wieder ein Stück weit diese Kontrolle zurück über meinen Körper. Also wie kann ich selbst aktiv werden? Und auf einmal war da das Thema Ernährung. Und so kam der ganze Stein ins Rollen und ich habe einiges ausprobiert und habe dann peu à peu gemerkt, krass, was Ernährung bewirken kann, krass, was man selbst in der Hand hat, krass, was man machen kann. Warum erzählt einem das keiner? Warum wusste ich das vorher alles nicht? Sodass ich eben, als ich wirklich die ganze Therapie dann ein Jahr später, also es war wirklich ein krasses Jahr. Und ja, danach habe ich dann wirklich entschieden, nee, also warum wurde da nicht weiter darüber aufgeklärt? Warum wird da nicht genügend darüber gesprochen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum machst du das nicht einfach? Und dann habe ich wirklich meinen alten Job alles komplett hängen lassen und habe gesagt, nein, ich widme mich dem Thema Ernährung. Ich möchte darüber aufklären, möchte zeigen, was wir selbst machen können. Ich habe es selbst am eigenen Leib spüren dürfen. Und das, was ich am eigenen Leib spüren durfte, das möchte ich den anderen Menschen da draußen mitgeben. Toll. Und du warst ja vorher in einer Werbeagentur, richtig? Und hast im Marketing gearbeitet? Genau, ich war vorher als Marketingmanagerin, habe in einer Werbeagentur, habe zuletzt nachher in einem Start-up gearbeitet. Also auch krasses Pensum gab es wahrscheinlich, ne? Genau. Ein ganz anderes Leben als jetzt, oder? Definitiv. Da war nicht so viel Pausen. Also ich habe dann nebenbei noch abends studiert gehabt. Also ich habe Vollzeit eine Werbeagentur, abends noch Abendstudium. Also das vollkommene Pensum. Ich habe es ein bisschen geliebt. Also ich habe es wirklich geliebt. Aber heute denke ich, es war vielleicht nicht schlecht, mal ein bisschen gebremst zu werden und mal wieder ein bisschen auf seinen Körper zu achten und mal ein bisschen innezuhalten. Weil genau das machen wir ja zu wenig. Also habe ich damals eben, ich war immer nur im Trouble, habe eben immer gemacht, 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 gemacht. Immer ein Projekt nach dem nächsten und ich habe mir nie Pausen gegönnt. Und habe mir nie eine Pause gegönnt, mal in mich zu hören, zu gucken, was möchte mein Körper eigentlich? Braucht er gerade eine Pause? Die habe ich dem nie gegönnt. Und das durfte ich jetzt eben auch durch die ganze Diagnose lernen. Und auch wenn ich für die Diagnose an sich nicht dankbar bin, aber für solche Erkenntnisse und wieder in dieses Gefühl für den eigenen Körper zu kommen, was ich selbst tun kann, dafür bin ich echt dankbar. Glaube ich. Also es ist auch eine wirklich krasse Veränderung und eine wahnsinnige Entwicklung, die du da natürlich auch hingelegt hast. Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, es ist so krass, was das Essen, die Ernährung, was das für einen krassen Einfluss auf meinen Körper hat. Du bist ja auch tatsächlich durch die Diagnose und dann durch die Behandlung jetzt frühzeitig in die Wechseljahre gekommen. Du bist jetzt gerade 36 Jahre jung, also wirklich noch sehr jung, aber du bist jetzt schon eine ganze Weile. Also war es dann so, dass du direkt quasi in die Wechseljahre gekommen bist, als die Diagnose kam? Ist dann zeitgleich eben durch die Chemotherapie, dadurch eben, aber zusätzlich kam eben direkt nach der Chemotherapie jetzt die Antihormontherapie, sodass ich eben Östrogenblocker nehme, die ich bis heute nehme, sodass ich jetzt sagen kann, dass ich seit sechs Jahren in den Wechseljahren bin. Und das eben nicht so dieses natürliche Schleichende, dass man von Jahr zu Jahr in diese Wechseljahre kommt, sondern das war für mich von Östrogenüberschuss zu komplett Wechseljahre. Und das war natürlich eben eine ordentliche Wucht für den Körper. Und gerade das erste Jahr war furchtbar. Also die ganzen Nebenwirkungen waren einfach nur krass. Ich hatte so höllische Knochen-Gelenkschmerzen. Ich hatte solche krassen Stimmungsschwankungen, mein armer Freund. Also ich weiß, ich bin so froh, dass er noch bei mir ist nach diesem Jahr. Und ja, es ist eben wirklich eine Wucht. Aber das ist eben eben wieder so schön, auch da zu sehen, dass man auch da was aktiv machen kann. Und wenn man dann eben Step by Step das ausprobiert und da habe ich mich dann herangetastet. Es war jetzt nicht so, dass ich von vornherein wusste, genau, ich mache jetzt das und dann ändert sich alles, sondern ich habe mich da langsam herangetastet und habe jetzt meine Erfahrungswerte gemacht und freue mich eben, dass eben diese blöden Erfahrungswerte, die ich machen durfte, jetzt aber irgendwie anderen Frauen vielleicht helfen können. Könntest du einmal so konkret darauf eingehen, was man beeinflussen kann? Also jetzt in dem Extremfall von einer Krebsdiagnose, aber auch zum Thema Wechseljahre, aber vielleicht auch allgemein. Ich meine, wir haben diverse Zuhörerinnen hier und es sind wahrscheinlich auch diverse Menschen dabei, die sagen, ja, also ich würde jetzt eigentlich nur umstellen, um ein bisschen abzunehmen. Aber die eigentliche Intention ist ja auch hinter der guten Ernährung wirklich ja auch lange, gesund, gut zu leben. Was hat das für einen Einfluss? Und kannst du auch so konkrete Beispiele geben, wo du gesagt hast, ich habe das verändert und das ist passiert? Überhaupt dieses Mindset zu ändern. Warum, also wie ernähre ich mich eigentlich? Was möchte ich mit Ernährung bewirken? Also das Krasseste für mich war einfach mehr, Ernährung nicht mehr nur als Nahrungszufuhr zu sehen, zu sagen, okay, ich mache das, um meinen Hunger zu stillen und vielleicht ein bisschen Energie zu bekommen, sondern Ernährung als Nährstoffzufuhr zu sehen. Zu gucken, dass ich mit meiner Ernährung mir tagtäglich Nährstoffe gönne, von denen meine Zellen aktiv leben können, diese ganzen guten Zellen. Also ich habe mir das dann irgendwie oftmals, also auch gerade da während der Krebstherapie so vorgestellt, was passiert da eigentlich mit den bösen Zellen, mit den guten Zellen. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Obst und Gemüse oder vor allem mein Lieblingsgemüse, das ist ja mittlerweile Brokkoli, jedes Mal, wenn ich so ein Brokkoli esse, ist es für mich, ich stelle mir vor, wie diese ganzen kleinen guten Zellen schreien, juhu, und dann arbeiten können, wie der ganze Organismus, die ganzen Organe. Also es ist ja eben wirklich, ich habe mich intensiv mit unserem Körper auseinandergesetzt, wie der eigentlich funktioniert, wie diese ganzen Puffersysteme. Also er kann ja wahnsinnig viel abpuffern und er kann ja viel ab, wenn wir ihn aber die ganze Zeit immer nur überfordern. Und heutzutage sind die meisten Körper einfach chronisch überfordert mit diesen ganzen äußeren Einflussfaktoren, vor allem eben Ernährung, was wir in ihn reingeben. Und ich habe eben angefangen zu gucken, okay, was stärkt denn den Körper? Schwächt also das, was ich in mich hineingebe, schwächt das meinen Körper oder stärkt das meinen Körper? Und dann habe ich eben gemerkt, ach krass, ja, wenn ich jetzt Obst und Gemüse, wir wissen es alle, wir wissen alle, wir müssen mehr Obst und Gemüse essen. Wenn man aber mal bewusst darauf achtet, das irgendwie die Zufuhr zu erhöhen, was das mit einem macht, oder mal zu ändern, statt Weizenbrot einfach mal ein Vollkornbrot zu nehmen, was das auch mit dem Energiehaushalt macht. Mittlerweile weiß ich eben auch, was genau dahinter steckt. Mit dem Wissen ist es ja auch nochmal was anderes. Aber sich da mal ein bisschen ranzuprobieren und mal wirklich auf seinen Körper zu hören, zu gucken, ach krass, das sind so kleine Steps, die schon so einen Unterschied machen. Und ich habe eine ganz, ganz andere Energie für den Tag. Das macht schon den Unterschied. Und vor allem, du hast ja auch gesagt, das ist ja auch nicht nur so das Gefühl, man hat mehr Energie, ist deutlich weniger müde. Man hat einfach auch wieder viel mehr. Man kann sich besser konzentrieren zum Beispiel. Aber es hat ja tatsächlich auch unfassbar viel mit der Haut zu tun. Also wie viele Menschen strugglen mit Akne, richtig Rosazea, Hautexem und so weiter. Da kann ja auch Ernährung extrem viel Einfluss haben, oder? Also deine Haut ist ja unfassbar toll. Da hast du ja auch vorhin gesagt. Ja, Ernährung, 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 ja. Na, Haut ist ja auch ein Entgiftungsprozess. Also wenn jetzt irgendwie eine Disbalance im Körper ist, haben wir ja bestimmte Organe, die eben an den Entgiftungsprozessen teilhaben. Und auch unsere Haut zeigt uns dann eben, ah, okay, da ist irgendwo eine Disbalance, wo wir vielleicht mal mehr darauf achten müssen. Deswegen sage ich eben auch, gerade so eben so Hautprobleme oder andere Symptome, sei es auch irgendwie Magen-Darm-Probleme, das sind so kleine Symptome. Die sind gar nicht unbedingt unsere Feinde, sondern es sind so kleine, nette Freunde, die dann mal sagen, hey, ich glaube, es ist wieder in der Zeit. Ich will dir mal kurz mal sagen, du solltest vielleicht besser auf dich aufpassen. Also der Körper spricht ja mit einem. Wir müssen nur dem Körper, ja, wir müssen wieder lernen, dem zuzuhören. Und wenn er uns so kleine Zeichen sendet, auch wirklich zu handeln und nicht zu sagen, ja, ist eben einfach so. Habe ich schon immer gehabt oder hatte schon meine Mutter? Nein, also es sind eben wirklich Sachen, gerade das Thema Haut. Also ich hatte früher vor meiner Diagnose alle möglichen Allergien. Ich hatte ganz stark Neurodermitis. Oh krass. Das hast du jetzt nicht mehr? Wenn ich sehr viel Stress habe, kommen so kleine Schübe wieder. Und da merke ich dann so, okay, Caro, der Körper möchte schon wieder mit dir sprechen. Der zeigt dir, ist gerade zu viel. Oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt mit der richtigen Balance? Weil es ist ja eben nicht nur Ernährung. Es sind ja so viele weitere Faktoren, die auch mit einspielen. Da kann ich mich noch so gesund ernähren. Wenn ich das mit dem Stress nicht hinbekomme, ist der Körper ja auch nicht in der Balance. Und da merke ich dann eben so, okay, da kommt es manchmal wieder. Aber es ist so weit weg. Also ich hatte es eben früher wirklich an den Füßen, Händen, Armen. Und es war so furchtbar. Und das ist komplett weg. Auch die Allergie im Frühjahr, die Gräserallergien. Und das ist eben, wenn du dann solche Erfolgserlebnisse hast und da den Unterschied merkst und merkst, krass. Das geht. Ich dachte eben immer, also ich dachte, ich habe das ja schon mein Leben lang. Das ist so. Nee, man muss die Dinge gar nicht unbedingt hinnehmen. Was würdest du denn für konkrete Tipps geben? Also wir sprechen jetzt mal von Extremfällen. Ich bin zum Glück kein Extremfall. Aber trotzdem bin ich ja schon so jemand, dass ich halt auch sehr, sehr gerne mal mir einen Burger reinpfeife. Oder dass ich halt sage so, hey, ich esse auch noch Fleisch. Es ist halt so, ich versuche das total krass zu reduzieren und so weiter und so fort. Aber lass uns jetzt mal wirklich von so Menschen ausgehen, die richtig Probleme damit haben, gesünder sich zu ernähren. Und auch richtig merken, okay, eigentlich mein Darm spinnt. Ich bin total, ich habe super oft Kopfschmerzen. Ich habe, ich müsste was machen. Ich schaffe es aber nicht. Was sind so deine Tipps, wo man so zumindest mal mit starten kann? Also was wären jetzt so die Einsteiger für diejenigen, die wirklich Probleme damit haben? Und sagen so, hey, was würdest du sagen, so was sind deine drei Must-Have-Produkte oder nicht Produkte, sondern so deine drei Must-Have-Tipps, um wirklich so erstmal easy damit einzusteigen und sich besser zu ernähren? Okay, schauen wir mal, ob ich drei hinbekomme. Natürlich fallen mir tausende von ein. Aber die Basis ist auf jeden Fall wieder das Thema Obst und Gemüse. Also es ist, es wäre einfach schon mal dieses Mindset zu haben, ich esse bewusst jeden Tag fünf Portionen Obst und Gemüse. Okay, aber das schafft ja kaum jemand. Aber können wir dann auf den Saft gehen? Wir haben ja eben gerade nur mit dem Huchum. Ja, ja, da sind wir dann schon wieder bei dem Saft. Du kannst natürlich eben auch Smoothies, Säfte. Da kannst du es natürlich auch. Weil das schaffe ich. Ja, ja. Also das ist nämlich zum Beispiel bei mir auch morgens so dieser Saft, also der Huchum-Einsaft. Ich liebe den, weil ich es einfach so schnell zacki-zacki rein, der ist super schnell wieder sauber hinterher. Und da schaffe ich das mit, da kriege ich es hin. Aber würdest du sagen, ja, das ist schon mal ein guter Einstieg? Definitiv, weil genau so kommst du ja auf die Nährstoffe. Und deswegen bin ich ja auch ein riesengroßer Fan von so einem frischen, also wichtig ist ja eben auch wieder frische Säfte und nicht eben so diese Fertig-Säfte, wo eigentlich dann schon wieder nicht mehr diese Nährstoffe drin sind. Ist das so, ja? Also aus dem Regal von Rewe oder von irgendeinem Supermarkt, wo man jetzt sagt, da ist so dieser hundertprozentige Saft und so weiter, das ist nicht das Gleiche. Und oftmals sind die eben wirklich hoch erhitzt, damit sie eben haltbar bleiben. Und dann hast du von den Nährstoffen nicht mehr viel. Und es geht eben wirklich, also wenn ich eben Lebensmittel zu mir nehme, ich denke nur noch an Nährstoffen. Und guck da eben, da muss man natürlich auch aufpassen. Und die im Supermarkt sind eben oftmals auch so obstlastig. Also es ist für mich eben, so ein Saft sollte eigentlich immer eine Kombination aufs Obst und Gemüse sein. Weil dann kannst du dann auch wieder viel besser verstoffwechseln. Weil wenn du nur so einen Obstsaft zu dir nimmst, klar, Blutzuckerspiegel, hey, dann hast du vielleicht mal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde richtig krass gute Energie. Danach geht der Blutzuckerspiegel wieder runter und dann hast du keine Energie mehr, um wirklich langfristig Energie zu haben, da so diese Kombi zu haben. Und deswegen sind Säfte definitiv da auf jeden Fall schon mal gut. Aber langsam eben, Step by Step, da wären wir wieder beim Thema, wie fange ich an, Obst und Gemüse mehr zu integrieren. Sich vielleicht wirklich dann so Hilfswerkzeuge zu holen, wie so ein Entsafter. Oder irgendwie zu gucken beim Frühstück. Guck mal, morgens eine Handvoll Obst ins Frühstück zu integrieren, geht ja. Dann vielleicht irgendwie nachmittags noch einen Apfel. Dann hast du schon zwei Portionen Obst. Und dann hast du eben noch mittags und abends Gemüse integriert. Und schon kommst du eigentlich locker auf diese fünf Portionen. Also so schwer ist es gar nicht. Und wenn man den Teller vor sich sieht, einfach auch wirklich mit Obst und Gemüse anzufangen. Nicht erst das Stück Fleisch raufzulegen und dann Obst und Gemüse rumzupacken, sondern dass wirklich 50 Prozent Obst und Gemüse drauf ist. Und ich finde es dann ja auch okay, wenn dann eben auch mal ein Stück Fleisch oder so mit drauf ist. Ich finde ja, es ist wichtig, weg von diesem Verzicht zu kommen. Und sich die Dinge zu verzichten. Das ist eben wieder eine Frage der Balance. Natürlich kannst du auch mal ein Stück Fleisch essen. Natürlich kannst du, wenn du eben Lust auf diese Toffifee hast, dann nimm dir lieber diese Toffifee. Nein, ich bin komplett davon weg. Ich bin jetzt komplett industriezuckerfrei. Aber wenn es dir dann gut geht, ist es ja okay. Aber weißt du, wenn du dir die ganze Zeit immer so, ich muss darauf verzichten, und es dir dann schlechter geht, darauf zu verzichten, dann sind wir schon wieder bei dem Mentalen. Das löst dir auch Stress aus. Ja, total, absolut. Und dann geht es dir auch nicht gut. Also am Ende soll es dir ja gut gehen. Und wenn du eben genau dann das brauchst, dann nimm es eben lieber in diesem Moment, als die ganze Zeit immer nur zu denken, ich muss verzichten, ich muss verzichten, ich muss verzichten. Das ist auch nicht gut. Und da geht es dann eben wieder viel in die Balance. Wie kann ich es irgendwie ausgleichen? Und ich finde, das ist, glaube ich, auch nochmal so der zweite Tipp, dann zu gucken, wie finde ich für mich die richtige Balance. Also fangen erst mal an, mehr Obst und Gemüse, vielleicht auch nochmal ein paar Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte zu gucken, wie ich meinen Körper aktiv stärken kann. Und mal zu hinterfragen, was gebe ich da einfach eigentlich in mir und was macht es mit dem Körper? Gibt es mir Energie oder raubt es mir vielleicht sogar Energie? Da so ein anderes Mindset zu entwickeln. Und gerade wenn man vielleicht schon wirklich, sind wir vielleicht bei Tipp 3, wenn wirklich bestimmte Nebenwirkungen sind, dass man vielleicht auch wirklich mal beim Arzt guckt, ein Blutbild zu machen. Also, dass man da mal wirklich schwarz auf weiß guckt, also bevor man jetzt auch wieder irgendwie irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt und einfach unkontrolliert irgendwas einnimmt, mal wirklich zum Arzt zu gehen. Also ich mache das wirklich zweimal im Jahr sogar und empfehle es wenigstens jeden einmal im Jahr, so ein Blutbild machen zu lassen. Nicht nur so ein kleines oder großes Blutbild, was dann viele sagen, ja Caro, mache ich immer. Nee, eine Mikronährstoffanalyse. Mal zu gucken, wie ist es mit Vitamin D, Magnesium, Calcium, also gerade Magnesium, wichtig bei Kopfschmerzen, Calcium für die Knochen, für uns Frauen Folsäure oder Eisen, wirklich mal diese Werte überprüfen zu lassen und zu gucken, wie ist denn eigentlich gerade mein Stand. Weil man geht ja auch mit dem Auto, gehst du ja auch zum TÜV, lässt es einmal im Jahr überprüfen, guckst, ist alles fein. Aber warum machst du das nicht mit deinem Körper? Also ich mache es, Caro, deswegen. Ja, ja, aber... Nein, ich mache es tatsächlich einmal im Jahr, dass ich ein sehr großes Blutbild machen lasse. Sehr gut. Also alles, alles checken lasse. Fein. Weil ich ja auch weiß, dass sich auch immer wieder alles optimieren lässt oder auch, dass es sich verbessert und dass ich es verändern kann. Und was ich dich aber gerne einmal fragen würde, weil das fand ich sehr erschreckend, ich war jetzt im Januar wieder und meine Blutwerte waren unterirdisch. Also wirklich unterirdisch. Ich habe wirklich hinter zu ihr gesagt, das kann doch ja nicht sein. Sie meinte wirklich, es ist ein Wunder, dass du noch gerade auslaufen kannst. Also das und ich, wie gesagt, ich bin niemand, also ich ernähre mich schon gut und es war einfach total erschreckend. Und da frage ich mich halt auch, es hat ja nicht nur damit etwas zu tun, wie man sich ernährt, sondern es hat ja auch ganz viel mit äußeren Stress, also Stresseinflüssen und so weiter zu tun. Können wir einmal ganz kurz darauf eingehen, wie du, was du, was also alles dafür noch benötigt wird, jetzt außer nur, nur in Anführungsstrichen, das gesunde Essen, was so ein Blutbild auch noch beeinflussen kann. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich hatte einfach eine Phase sehr wenig Schlaf. Ja. Also einfach wirklich turbo wenig Schlaf. Dann zum Beispiel auch meine ganzen Q10-Reserven waren komplett leer, komplett leer. hatte ganz viel mit meinem Nervensystem zu tun, dass ich halt einfach kein, anscheinend kein gut reguliertes Nervensystem hatte. Also ganz viel auch so von Stress von außen, was es halt eben, ja, dazu führt, dass ich mich halt total energielos gefühlt habe. Also ich war richtig schlapp. Ich habe teilweise wirklich, ja, auf der Arbeit um 16 Uhr habe ich einfach nur gedacht, okay, ich muss jetzt hier ein Bett finden. Ich falle hier sonst gleich wirklich tot um. Und das ist, also da haben mir jetzt die Nahrungsergänzungsmittel schon extrem doll geholfen. Gerade wenn du eben im aktiven Mangel bist, dann weißt du eben wirklich, okay, da kann ich eben schnell was tun. Und dann auch super hoch dosiert, ne? Dann ist es eben sinnvoll, ja. Genau, das wäre jetzt schwer. Also da müsste ich wirklich von morgens bis abends jetzt wahrscheinlich nur noch Gemüse essen. Aber dieses Ergänzende, ne, dass man dann sagt, zusätzlich. Genau, dann macht es eben auch Sinn. Aber da eben ein bisschen zu hinterfragen, das finde ich eben total wertvoll. Aber auch zu gucken, okay, also was könnte denn die Ursache sein? Es sind ja so viele Faktoren, die da einhergehen. Und es gibt ja ganz viele quasi Nährstoffräuber beziehungsweise Energieräuber, wie ich sie dann ja auch gerne nenne. Da sind wir zum Beispiel beim Zucker, raubt ja auch Energie, also auch bestimmte Nährstoffe. Also das wissen auch viele nicht. Man verbraucht ja dadurch zum Beispiel mehr Calcium oder Magnesium, was dann eben problematisch sein kann. Auch Kaffee kann Nährstoffräuber sein. Aber man kann es zum einen ausgleichen. Deswegen sage ich eben zum Kaffee, du kannst dann Nüsse essen oder eine Dattel nehmen. Genau die Nährstoffe, die dir der Kaffee raubt, hast du da zum Beispiel schon wieder drin. In der Dattel. Also ich überlege gerade ernsthaft, ob ich mal eine Hypnose dazu mache. Wirklich, weil ich denke immer nur so, ja, eine Dattel oder eine Nuss oder sowas. Und dann liegt dann aber da irgendwie die leckere weiße Schokolade. Es ist einfach so krass bei mir drin. Also dass ich so wirklich auch, zum Beispiel auch so die Urlaubszeit. Also da könnte ich ja zum Beispiel mal gerne drauf eingehen, weil das kennen auch bestimmt ganz viele. Urlaub ist da, juhu, es ist alles erlaubt und es werden Cocktails getrunken und es wird dann irgendwie so das ganze Essen geschlemmert von A bis Z. Wir waren jetzt in den USA und das war so richtig krass für mich, weil ich halt auch davor schon bewusst gesagt habe, ich muss wieder richtig stark auf Gluten und Laktose achten. Also das sind bei mir zwei Punkte, eigentlich auch noch Sorbit und Fructose. Das hält sich aber auch schon so irgendwie in Grenzen. Das ist auch schon besser geworden. Das ist ja auch immer so ein bisschen, wie viel man von was hat oder zu sich nimmt. Aber jetzt vor der USA-Reise und ich muss dir das jetzt sagen, ich bin ja jetzt wirklich sehr ehrlich, wie ich es gemacht habe. Ich bin gespannt. Um wirklich durch diese Zeit zu kommen, weil ich wusste, okay, ich will so in einen Outburger. Ich liebe Krispy Kreme Donuts. Ich bin so richtig so, okay, ich habe mich da so doll gefreut, weil ich halt als 18-Jährige richtig ja lange da gelebt habe. und das war so in meinem Kopf eingebrannt, wie geil das damals alles geschmeckt hat. Es war auch ein bisschen enttäuschend, muss ich zwischendurch, also muss ich wirklich sagen. Aber pass auf, was ich gemacht habe. Ich habe mir die Lacto-Tabletten geholt. Wie heißen die? Also gegen Laktose. Also eigentlich alles, was irgendwelche Verdauungsenzyme wahrscheinlich geben, das Ganze unterstützen. Genau, ich glaube, Lacto, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber kennt wahrscheinlich jeder, kriegt man sogar bei DM und Rossmann. Und dann habe ich noch aus der Apotheke mir tatsächlich für Gluten, dass man Gluten besser abbauen kann, geholt. Und ich habe mir noch von Schebens von DM habe ich mir so ein Präparat geholt, was ich aber sehr gut fand. Das war rein pflanzlich für die Darm, also für den Darmaufbau und Magen. Darm, also wirklich rein pflanzlich. Und das hat mir extrem geholfen. Also es war wirklich etwas, ich habe halt immer diese Tabletten nur nach Bedarf, wenn ich wirklich jetzt Gluten oder Lactose zu mir genommen habe. Aber schon alleine diese kleine Tablette, ich musste wirklich auch noch mal gucken, was da alles drin war. Also wirklich Wahnsinn, wie mir das geholfen hat. Aber was es halt auch gleichzeitig gemacht hat, dass ich dann halt so bedingungslos gesagt habe, okay, jetzt ist alles erlaubt. Drei Wochen ist alles erlaubt. Und ich bin durch die Zeit ganz gut okay durchgekommen. Aber danach, was danach passiert ist, ist ja, dass ich dann echt gesagt habe, so boah, krass, mir geht es gerade richtig. Ich bin richtig schlapp. Ich bin total müde. Das wollte ich dich nämlich jetzt fragen. Aber wie ging es dir danach? Danach ist es richtig so eingestürzt. Und was dann noch viel schlimmer passiert ist, ich habe ja dann gesagt, okay, ich muss jetzt von diesem krassen Zuckerding runter. Das war einfach wirklich ein, ja, fast so ein zu viel Zucker. Wir haben da auch, gibt es ja überall diese Refills. Dann habe ich Cola. Ich liebe Cola. Dann haben die immer die Cola Refills gebracht. Also wir haben da, keine Ahnung, ein Litter Cola gesoffen am Tag. Richtig schlimm. Also wirklich, es war Ausnahmezustand. Und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich es wirklich extrem gemacht, dass ich ja dann komplett aufgehört habe mit... Das ist dann aber schon krass. Das ist dann gleich wieder so dieses andere, in dieses andere Extrem zu gehen. Ja, und das so bin ich aber, weil ich halt immer mich so, ja, so wirklich so dazu zwingen muss, das jetzt durchzuziehen. Weil es ist für mich ganz, ganz, ganz schwer, heute hier, heute Morgen so. Aber möchtest du das jetzt dauerhaft machen? Nein. Ich würde super gerne dauerhaft dabei bleiben. Also deswegen für alle, die das halt gerade auch probieren, so durchzuhalten. Deswegen, ich muss das nämlich noch einmal ganz kurz erzählen. Ich habe, ich glaube, das hast du bei mir auch bei Instagram gesehen. Ich habe ultraschlimme Migräne bekommen. Das war so krass, als ich den Zuckerentzug hatte. Klar, Zucker raubt dir Nährstoffe wie Calcium und Magnesium. Die sind mit Kopfschmerzen verbunden. Oh, und das war so schlimm. Ich habe dann, wie gesagt, dann aufgehört. Dann haben wir, wir haben das auch in der Familie komplett alle gesagt, wir machen das zusammen. Und, also nur Industriezucker, ne? Also jetzt keine Fruktose oder sonst so etwas, sondern nur weißen Industriezucker weg. Alter Falter, was da abgegangen ist. Ich war wie ein Junkie. Es war so krass. Mein Körper hat so rebelliert. Ich habe Pickel bekommen. Ich habe, wie gesagt, total schlimme Kopfschmerzen gehabt. Wir alle übrigens in der Familie. Also alle hatten richtig krasse. Und ich habe richtig mit meinem Sohn, der ist acht, ich habe ihm das richtig erklären müssen, dass ich gesagt habe, ja, nur daran merken wir, dass das, was wir da unserem Körper gegeben haben, das sind Drogen. Das sind richtige Drogen. Und man vergisst das eben. Also gerade für die Kinder finde ich das eben total furchtbar, wenn man eben überlegt, was das für einen Suchtfaktor hat. Und wenn man das dann wirklich mal so mitbekommt, das kann doch nicht gut sein. Ja, aber genau das ist das, warum ich eben gerade gesagt habe, ich glaube, ich muss mal eine Hypnose machen, weil ich auch irgendwie die ganze Zeit immer noch so denke, ja, aber meine Kinder, das ist doch so schön, wenn die dann noch so ein Eis essen und dann dürfen die mal Süßigkeiten schnuckern und keine Ahnung was. Bist du da so komplett gegen? Also sagst du, das kannst du eigentlich den Kindern gar nicht antun? Ja, also ich glaube, den Kindern, das so verbieten ist, eben schwierig. Da geht es dann auch wieder eben zu gucken, dass sie da auch irgendwie dieses Bewusstsein für entwickeln. Dass sie eben wissen, okay, ich darf eine Kugel Eis, aber es müssen jetzt nicht gleich drei Kugeln sein, weil ansonsten ist es nicht so gut für den Körper. Und dann verstehen die das ja eben auch, dass man denen das vielleicht schon so langsam probiert zu erklären, dass da eben auch irgendwie Grenzen sein muss, dass der Körper eben auch bestimmte Sachen in irgendeiner Menge ja gar nicht mehr so gut verträgt. Und dass man das eben da schon im Unterbewusstsein eben so ein bisschen verankert, weil das ist es eben so von wegen klar. Oftmals haben wir dieses Bewusstsein, aber eigentlich ist es ja auch hilfreich, wenn es im Unterbewusstsein ist. Und bei mir ist es eben wirklich jetzt mittlerweile schon so fest in diesem Unterbewusstsein verankert, dass ich gar nicht mehr anders kann. Aber wie kriege ich das da rein? Wie kriege ich das in mein... Kann ich das wirklich über eine Hypnose machen? Kann ich jetzt bei meiner Kelina hier in Küpenick einen Termin machen und sagen, Kelina, wir müssen jetzt eine Hypnose machen. Ich will gerne einfach nur gesundes Essen mit ich-tu-mir-was-Gutes verbinden. Und ich möchte gerne, dass Fastfood nicht mehr für mich wie eine Belohnung oder wie was, boah, das ist so besonders. Vor allem, ich bereue es ja jedes Mal. Also wenn ich dann irgendwie dann doch mal so mit der Family und wir sagen dann so, ach komm, wir holen uns jetzt mal schnell was bei McDonalds oder sowas. Ich bereue es danach jedes Mal so doll. Also deswegen für mich, ich kann es auch gar nicht mehr genießen, weil ich genau weiß, also deswegen ist es für mich, weil viele fragen, ja, aber ist das nicht für dich verzichtet? Ich bin so, nee, ich kann es gar nicht mehr genießen, weil ich genau weiß, wie ich mich danach fühle. Und wenn ich schon jetzt weiß, dass ich mich danach nicht gut fühle, dann kann ich es auch nicht mehr genießen. Aber manchmal ist die Lust darauf größer als der Regret danach. Aber dann mache ich mir irgendwie meine Alternativen, dann freue ich mich umso mehr. Mache ich mir meinen eigenen Burger zu Hause oder habe irgendwie eine Alternativschokolade. Und das sind dann, also da kommen dann bei mir Glückshormone auf. Wenn ich dann irgendwie diese Erfolgserlebnisse habe, dass ich eine coole Alternative gefunden habe oder ich mache mir auch immer so Snickersdatteln. Wenn ich mal so ein Jeepe auf Süßes habe, mache ich mir so Snickersdatteln. Und das ist dann eben, da kann ich auch nur eine von essen, dann ist es irgendwie auch gut. Aber dass man da eben so guckt. Aber man kann da natürlich, klar, Hypnose, Mentaltraining, da kann man sehr viel machen. Und das finde ich ja auch gerade total spannend, weil ich mich mit diesem ganzen Thema gerade ja ganz aktiv auseinandersetze. Und ich habe es schon so ein bisschen, ich kann noch nicht so viel erzählen, aber ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, dass ich ja gerade eben nach den Buchprojekten kommt jetzt gleich wieder das nächste Projekt, wo ich gesagt habe, okay, wie kann ich die Leute noch mehr abholen? Wie kann ich noch dafür sorgen, dass ich da eben wirklich, ja, viele haben gesagt, ich möchte eine Karo auf meiner Schulter haben. Ja, das denke ich voll oft. Du saßt am Wochenende die ganze Zeit bei mir, was würde Karo jetzt tun? Und so viele haben gesagt, sie würden das gerne haben, aber ich kann mich natürlich irgendwie nicht vertausendfachen und überall auf der Schulter sitzen. Und deswegen sitze ich gerade dran, machen Gesundheits- und Ernährungsprogramm, wo wirklich dieser ganzheitliche Ansatz total wichtig ist und mir das eben auch gerade um dieses, wie komme ich von diesem Bewusstsein auch ins Unterbewusstsein rein? Und da habe ich jetzt eben wirklich mir Experten gesucht, also ganz viele verschiedene Gesundheitsexperten vom Arzt hin bis zu wirklich Experten aus dem Bereich Mentaltraining, mit denen ich zusammenarbeite, wie man das eben hinbekommt, das mental auch wirklich dauerhaft ins Leben zu integrieren und umzusetzen. Ich mache da ganz viele Audios, die dann eben begleitend sind, Videos und bin da gerade am Austriften und arbeiten. Also es wird ein Digitalprodukt, wir können das dann online kaufen. Kannst du schon ungefähr sagen, wann du damit fertig bist oder wann es dann rauskommen wird? Ich hoffe, dass ich es jetzt im Oktober direkt schaffe. Also ich bin gerade momentan, also deswegen, ich möchte noch nicht so viel versprechen, also ich bin gerade in den finalen Zügen. Wir setzen dich nicht unter Druck. Und deswegen traue ich mich immer nicht schon vorher irgendwie zu sagen, genau dann und dann passiert das, weil dann habe ich wieder eben diesen Druck. Ich bin aber eben dran, also ich möchte das auf jeden Fall, weil ich es ganz schön finden würde, wenn man jetzt eben schon damit anfangen kann, damit man auch nächstes Jahr, eben auch gerade wenn her die Weihnachtszeit kommt. Das ist ja eben immer so diese böse Zeit, dass man da so ein bisschen drauf gefasst ist und da auf jeden Fall gut vorbereitet ist und da eben auch eine Begleitung hat. Und das ist eben wirklich, also es wird jetzt ein zwölfwöchiges Programm, wo ich dann zwölf Wochen quasi auf deiner Schulter sitze und dich so ein bisschen begleite und dich mitnehme. Und das ist mir eben ganz wichtig, dass man da eben nicht, also viele sagen eben, ja, ich habe dein Buch jetzt gelesen, und ich habe das verinnerlicht und ich habe deine beiden Bücher. Ich war schon auf einem Retreat, aber trotzdem merke ich eben immer wieder, ich kriege das nicht langfristig. Also irgendwie... Man rutscht immer wieder ab. Ja, so geht es mir auch. Ich habe ja auch damals in der Corona-Pandemie habe ich ja auch mit den Basen-Workshop mit dir gemacht. Basen-Säuren. Säure-Basen-Workshop, ja. Genau, Säure-Basen-Workshop. Und dann sehe ich dich ständig auf Instagram. Ich sehe dich auch als Speakerin überall. Wir treffen uns. Du kommst zu unserem Jacks-Büschlein-Christmas-Dinner. Wir reden darüber. Wir haben deine Kochbücher. Siehst du, jetzt habe ich schon das Kochbuch gesagt. Du hast mir extra gesagt, mir die nicht Kochbuch sagen. So typisch ich. Den Gesundheits- und Ernährungsratgeber. Genau, du bist Gesundheits- und Ernährungscoach. Genau. Weil du hast Kochen. Du hast es nicht, aber du sagst, du kannst nicht kochen. Ich liebe diese kleinen Erfolgserlebnisse, aber ich weiß, dass eben mein Freund besser kochen kann als ich. Dementsprechend überlasse ich das immer ihm gerne. Also deine Ernährungsratgeber stehen bei uns unten. Und ich habe auch in letzter Zeit sehr viel daraus gemacht. Ich muss halt sagen, ich muss mich auch so ein bisschen daran üben, weil es ist ja schon ein bisschen was anderes, als wenn man mit Milch, Mehl und Eier und Zucker was macht. Also es ist ja schon so diese Konsistenzen und so, das ist ein bisschen anders. Aber ich finde es super interessant, weil wir hatten ja zum Beispiel auch eine Eistorte gemacht. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe ja im Moment ein paar verschiedene, wie so eine Eis mit Kokosjoghurt gemacht und Blaubeeren und auf dem Boden aus Datteln und Pistazien und so weiter. Es war so lecker und wir haben es einfach im Eisfach stehen gehabt und dann haben wir dann abends halt uns schön als Belohnung quasi diesen Kuchen da so rausgenommen. Es war wirklich so, die Kinder sind noch nicht so ganz 100 Prozent konvinst, also vor allem nicht wie meine ganz Kleinen. Aber ich fand es schon mal super. Aber es ist ja halt auch wirklich einfach ein Thema, ob man das bei sich einführt. Also ob man dann halt regelmäßig sowas macht und sagt, okay, das ist jetzt halt die Alternative. Aber vom Aufwand her, also ob du nur einen normalen Kuchen packst. Genau das Gleiche. Also es ist nicht viel aufwendiger. Ich habe jetzt zum Beispiel auch immer gerne, gerade im Sommer mag ich den Raw Cake aus meinem ersten Buch total gerne. Und der ist total einfach gemacht. Also man denkt eben immer so, Oder die Energy Balls, die machen Noah und ich total gerne. Oder eben diese Snickers-Datteln sind jetzt zum Beispiel im zweiten Buch. Das ist total einfach. Dann nimmst du einfach nur eine schöne saftige Dattel, machst da ein bisschen Erdnussmus drauf, ein bisschen Kakao nippst. Und das ist wirklich, es ist für mich mein Snickers-Ersatz. Ja, schön. Du hast eben schon mal ganz kurz erwähnt, du machst ja auch Retreats. Du hast die Feel Better Retreats ins Leben gerufen, wo es auch darum geht, wie schaffe ich es wieder zu mehr Energie zu kommen, richtig? Mehr Energie, mehr Wohlbefinden. Wo finden wir die? Wie kann man die buchen? Alles auf meiner Website carolinkottke.com. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Das ist eben immer wieder schön, weil dann kann man eben so ein bisschen wieder in den Austausch gehen. Ich mag es eben so, dieses direkt im Austausch mit den Leuten zu sein, zu gucken. Jeder hat dann immer mal persönliche Tipps. Ich lerne sogar selbst immer noch bei den Retreats dazu, weil andere dann nochmal doch irgendwie andere Tipps haben, was ausprobiert haben. Und da geht es eben ja wirklich nicht nur um das Thema Ernährung, sondern mir ist es ja eben auch wichtig, diese ganze Balance aus diesen, also ich spreche ja immer von diesen fünf Elementen. Ja, das musst du unbedingt noch einmal sagen. Was sind diese fünf Elemente? Stimmt, das dürfen wir nicht vergessen. Weil es ist ja nicht nur Ernährung, weil deswegen, es ist Ernährung, es ist aber eben auch dieses Thema mentale Entschlacken, das ganze Thema Stress. Also das ist eben immer noch so dieses Element, wo ich immer noch ein bisschen manchmal arbeiten darf. Es ist aber auch das Thema Bewegung. Also unser Körper braucht Bewegung. Und wir sind auch so ein bisschen bewegungsfaul immer mehr geworden. Aber die ganzen Organe, die ganzen Organsysteme, die brauchen, der Körper braucht Bewegung, damit der Stoffwechsel überhaupt funktionieren kann. Dann aber auch das Thema Atmung. Das habe ich eben auch durch die Krebstherapie nachher auch erst danach irgendwie nochmal neu gelernt, weil ich mich erst mal damit beschäftigt habe, wie wichtig Sauerstoff für unsere Zellen ist. Und ich habe jahrelang nur ein bisschen die Brust immer reingeatmet, weil ich hatte ja nie Zeit. Ich war ja immer unter Stress. Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie oft atmet man eigentlich aktiv in dem Bauch? Ja, viel zu wenig. Mache ich auch viel zu wenig. Mit der Thematik Atmung, da beschäftige ich mich jetzt auch noch ein bisschen mehr mit. Und das ist eigentlich so schnell zu integrieren. Also selbst wenn du im Supermarkt an der Schlange stehst, da hast du Zeit, einmal kurz da zu stehen und tief in den Bauch zu atmen, weißt du? Also das kannst du überall integrieren. Und das ist, man kann es auch leider verlernen. Das habe ich auch auf meinem Retreat erlebt, dass ich richtig gemerkt habe, boah krass, ich kann gar nicht mehr richtig atmen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man richtig in den Bauch atmet, weil man so oft im Stress ist und dann total vergisst zu atmen. Aber sich das zur Gewohnheit zu machen, also das ist eben auf jeden Fall doch, das muss ich gerade noch, jetzt hatten wir ein Element, haben wir noch nicht, Wasser, genug trinken. Deswegen haben wir hier auch unser Trinken neben uns stehen. Das wird eben auch unterschätzt, weil der Körper besteht ja aus bis zu 80 Prozent aus Wasser. Und die ganzen Zellen, die ganzen Organe, die brauchen Wasser. Und wenn der Körper nicht genügend Trinken bekommt, dann funktioniert das Ganze eben auch schon wieder nicht. Ich kenne bestimmt auch voll viele. Ich habe das so häufig, dass ich dann so in so langen Meetings sitze und dann vergesse ich plötzlich zu trinken und dann merke ich plötzlich, wie die Kopfschmerzen anfangen. Und dann aber sobald ich dann anfange, wieder viel zu trinken, dann geht es auch wieder besser. Also das ist auf jeden Fall und auch wieder für die Haut auch nochmal so eine wichtige Thematik. Also allgemein die ganze Ernährung zahlt natürlich komplett auf die Ausstrahlung, den Glow, das Aussehen, aber auch natürlich auch so ein bisschen wirklich so dieses Wohlbefinden ein. Ich finde es auch total krass, was das zum Beispiel für einen Unterschied macht, ob man jetzt so zum Beispiel in der Zeit, ich habe ja schon eine ganze, also schon relativ häufig auch diese Nahrungsumstellung gemacht. Ich habe mal anderthalb Jahre schon mal gar keinen Zucker zu mir genommen. Und es ist der Wahnsinn, was das auch mit Cellulite macht. Also wie viel straffer die Haut aussieht und auch wieder Fleisch, so Schweinefleisch oder sowas. Das sollte man ja gar nicht essen. Ja, weil das ist natürlich wieder im Körper, ist wieder dieses ganze Entgiftung. Das ist eben wieder das Thema Säurebasenhaushalt. Darüber könnte ich eben auch nochmal einen kompletten Podcast führen, wie das eben ist. Also dass der Körper ja sozusagen bestimmte Sachen, wenn er die nicht mehr kompensieren kann, nicht mehr verarbeiten kann, wenn er chronisch überfordert ist mit den ganzen äußeren Einflüssen, ja dann setzt er das irgendwo an. Dann kommt eben auch, das kommt im Spindegewebe, dann kriegst du Cellulite. Es zeigt sich eben anhand der Haut, dass irgendwelche Hautprobleme kommen. Also da kommen ja überall, damit muss man nicht leben. Das sind kleine Zeichen, dass man mal aktiv werden darf. Ja, absolut. Also wie gesagt, wir könnten da jetzt auch noch stundenlang drüber, also ich habe so viele weitere Themen noch hier mir aufgeschrieben, worüber ich noch sprechen wollte. Also wir könnten jetzt wirklich, aber der Glowcast soll ja auch dazu dienen, eine Anregung zu sein, mal wieder über etwas nachzudenken, was man vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt hat oder wo man sagt, oh man, ich würde so gerne, so konsequenter zum Beispiel, wie ich jetzt so, ich möchte so gerne konsequent immer sagen, so ich bin immer dabei. Seit neun Jahren trinke ich gar kein Alkohol. Du trinkst auch gar kein Alkohol mehr. Gar nicht mehr, nee. Seit neun Jahren trinke ich kein Alkohol und da ist mein Mindset so krass schon. Ja, was ich zum... Ich brauche überhaupt kein Alkohol und ich sage auch überall, wo ich hingehe, so, ich muss ja jetzt hier nichts trinken, um Spaß zu haben. Es gibt so tolle Alternativen. Es gibt so viele schöne, also da ist das zum Beispiel schon bei mir kompletter. Aber das hat sich dann schon in deinem Unterbewusstsein verankert. Ja, genau. Aber man muss eben langsam, also man sagt ja immer, man braucht, glaube ich, 21 Tage, damit so eine Gewohnheit sich so langsam implementiert. Aber dann braucht man eben nochmal eigentlich so 60 bis 90 Tage, um es wirklich in einen Lebensstil zu integrieren. Okay. Und dann hast du es geschafft. Und dann habe ich es geschafft. Okay. Vielleicht macht ihr ja jetzt mit mir mit. Wir machen dann wie viele 90 Tage mindestens, ne? Erstmal die 21-Tage-Challenge, weil dann hast du eben schon mal, dann merkst du eben den Unterschied. Dann merkt man eben auch beim Zucker, dass man ja einen ganz anderen Geschmack hat. Also wenn du erstmal auf Zucker verzichtet hast, du kannst dann nachher gar nicht mehr richtig süß essen, weil das alles so süß auf einmal ist. Ja, absolut. Kannst du dann nur noch einen Satz dazu sagen, weil das ja auch nochmal so, dass diese Ersatzstoffe, also dass man dann zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Cola verzichtet, dann eine Cola Zero trinkt? Nein, bitte nicht. Also auch die ganzen Zuckerersatzstoffe, das ist ja eben auch, das ist nichts Natürliches. Also gerade die Leber und auch die Darmflora, die finden das überhaupt nicht cool. Und es geht ja eben wieder darum, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Und dann würde ich eben lieber auf so natürliche Süßungsalternativen setzen, wie also aus Früchten. Und man kann ja ganz viel auch mit Fruchtmus. Ich liebe die Dattel. Ja, ich liebe auch die Dattel. Aber da sind eben wenigstens Nährstoffe drin. Also wieder diese Nährstoffperspektive. Was bringt mir dieses Produkt? Klar, da habe ich Süße drin. Ich habe da aber auch gute, wertvolle Nährstoffe drin. Oder zum Beispiel bei der Dattel ja auch Ballaststoffe, wodurch ich den Zucker wieder viel besser verstoffwechseln kann. Also ein Stück weit braucht der Körper ja auch Zucker, um ein bisschen Energie zu ziehen. Der kriegt nur meistens leider zu viel. Das ist das Problem. Also ich merke schon, ich mache jetzt hier gleich meinen Hypnose-Termin aus, dass ich einfach diesen scheuerten Gedanken aus meinem Kopf kriege, ich brauche mittags die Cola, damit ich irgendwie wache. Also das ist ja wirklich einfach auch so ein Quatsch, was man so schnell sieht. Da stellst du einfach so was anderes hin, eine andere Alternative, die dir besser tut. Also eine Apfelsaftschorle zum Beispiel wäre dann okay. Also ich bin, ich glaube, das ist nämlich das, was ich meine, was halt das Mindset jetzt noch schaffen muss, was ich beim Alkohol schon super geschafft habe, dass ich hier verstehe, okay, mein Körper rebelliert, wenn ich Alkohol ihm gebe. Also das ist wirklich Endstufe, wie schlecht es mir geht, wenn ich alleine nur einen Schluck Alkohol trinke. Da ist das schon sehr konsequent, aber bei mir passiert halt nichts, wenn ich eine Cola Zero trinke. Deswegen ist da noch nicht diese, weißt du, weißt du, was ich meine? Da ist noch nicht, da passiert ja nichts. Der Need ist noch nicht genug da. Der Need ist noch nicht genug da. Genau. Deswegen, das ist nämlich das Ding. Aber wenn man dieses Bewusstsein hat und vielleicht konnte ich jetzt mit dem Gespräch so ein bisschen bewusst sein. Auf jeden Fall. Das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht und ich freue mich, wie gesagt, sehr doll auf deinen Talk am 28.9. Ja. Bei der Glow Together Experience. Aber ich freue mich, glaube ich, noch mehr auf deinen Kurs und dein, das, was da entsteht, dann hoffentlich im Oktober. folgt alle Caro auf Instagram, dann kriegt ihr das nämlich da alles schon mal mit, was da so passiert und du gibst ja wirklich auch fast täglich und welche krassen, tollen Tipps und Insider und gibst, ja, also, und die Bücher sind übrigens auch richtig toll. Danke mir. Also, alles sehr gut zu empfehlen, was du machst, liebe Caro. Haben wir irgendwas vergessen oder haben wir alles gesagt? Ich glaube, wir haben mittlerweile alles gesagt. Also ich glaube, da gibt es so viel eben. Mir ist es eben auch total wichtig, dann nicht mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Das finde ich so toll bei dir. Du inspirierst und gibst Impulse. Also ich will Impulse geben und deswegen ist es bei Instagram bei mir auch so, ich lebe das vor, weil ich lebe das wirklich zu 100% und jeder kann mir zuschauen und kann gucken, auch das könnte ich vielleicht bei mir integrieren. Also ich sage ja niemandem, du musst dies, du musst das. Jeder kann bei mir zuschauen und gucken, wo er sich vielleicht so ein paar Sachen rauspickt und sagt, ach, das könnte ich vielleicht bei mir mal integrieren und dann freue ich mich eben, wenn es den Personen besser geht und die mir nach ein paar Monaten schreiben, krass Caro, ich habe jetzt ein paar Tipps von dir irgendwie umgesetzt und krass, was es mit meinem Körper macht. Dann freue ich mich. Schön. Wir sind jetzt so gar nicht mehr so spezifisch auf zum Beispiel Wechseljahre oder irgendwas in dieser Richtung. Wir haben glaube ich heute sehr allgemein, weil es ist ja auch so, dass es ein sehr allgemeines Thema ist gesprochen. Wenn ihr dennoch Lust habt, einfach euch auch in diesem Bereich nochmal so ein bisschen noch weiter, vielleicht auch durch die Podcast zu hören. Ich kann euch sehr die Folge mit Peggy Reichelt von x bei x empfehlen. Das ist die Folge Nummer 11 zum Thema Wechseljahre. Und wir hatten jetzt gerade die Christine Zeller da. Das ist die Folge Nummer 53 über das Thema Lifestyle von Longevity. Und da hat sie nämlich auch nochmal ganz stark auf, ist sie auf diverse Säulen eingegangen, was dazu führt, lange glücklich gesund zu leben. Also das sind tolle Folgen, die ihr euch noch anhören könnt oder anschauen. Auf YouTube sind wir ja auch. Also ihr könnt uns zuschauen oder zuhören. Sehr, sehr, sehr schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Vielen Dank, Caro, dass du da gewesen bist. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, dass wir quatschen konnten. Auch wenn nicht eben jetzt wirklich noch so viel mehr. Aber wir sehen uns beim Glow Together Event. Da können wir dann eben auch nochmal ein paar Antworten teilen. Und wenn ihr noch wirklich jetzt so ganz spezielle Fragen habt oder noch Anregungen habt, schreibt uns super gerne eine E-Mail an info.glowcast.de und worüber wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback zu der Folge auf unseren Social Media Kanälen da lasst. Also schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächste Woche. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.